Shalom Aleichem, wir lernen Shiu Tanja, täglichen Tanja, 29. Schwad, weiter dem Kapitel 25. Und man lernt, dass die Einigung von Tora und Mitzvot und Gebete und Wohltätigkeit, es ist eine Ewigkeit mit Hashem, weil er, gelobt sei er, und seine Wille, die sind über die Zeit. Und die Offenbarung von seiner Wille in seine Wörter, das ist die Tora. Und die Tora ist ewig. Und so wie es steht geschrieben, Die Tora, die Sprache von unserem G-d, und die Ewig bleiben auf Ewig. Und die Tora, die Schoen und die K-d, die Nehmonien und Nechmodien, wir sagen jeden Tag beim Gebet, dass die Wörter von G-d sind lebendig, die Existieren, die sind vertraustvoll, sie bleiben auf Ewig. So wie wir singen beim Igdahl, Elokim, Loh ja-chalif, velo ja-mir-dat-o le-olamim. Hashem wird nicht ändern, wird nicht tauschen, seine Wille und seine Tora auf Ewig. Aber hier in diese Welt, es ist unter die Zeit, Hashem היה, er war schon da, er ist da und er wird bleiben. Aber wenn Hashem schuf die Welt, er hat gelegt die Welt unter die Zeiten, Tag, Nacht, Wochentag, Schabes, Yontef, hier unten, in dieser Stunde, wo ein Mensch lernt Tora, oder macht Mitzwa, auch wenn gleich etwas danach, tut er weltliche Sachen, waschen, bügeln, arbeiten, fahren, Auto. In dieser Stunde, was hat er gelernt, bleibt er mit Hashem trotzdem verbunden, es ist keine Trennung von Hashem. Auch wenn der Mensch hat nicht gemacht, Sachen, die er braucht, fürs Leben, sondern, der alte Rebbe sagt, macht unnötige Sachen, es war im Betheil, er geht spazieren, redet mit Freunden, telefoniert, wie geht's, was tut sich, auch wenn er das nicht braucht, unbedingt, um Hashem zu dienen. Gut, wenn er geht spazieren, weil er will gesund sein, braucht er das. Wenn er geht zu Fuß zum Synagoge, braucht es, um Hashem zu dienen. Wenn er braucht die Sprache, um zu lernen, ist wunderbar. Aber es gibt Sachen, weil ein Mensch tut nicht unbedingt lavodat Hashem. Trotzdem, wenn er kommt zurück zum Gottesdienen, und er geht wieder zum Torah und Phila, und er sagt Hashem, Entschuldigung, Verzeihung und Vergebung, das habe ich in meiner Zeit gepattert und vermasselt, dass ich konnte in dieser Zeit sitzen und lernen, Hashem wird ihm verzeiht. So wie es steht geschrieben, wenn ein Mensch hat gesündigt und nicht gemacht ein Gebot, und er macht Tshuva, man verzeiht ihn. Da kommt der alte Rebbe und erklärt etwas sehr Interessant. Drei Mal am Tag, beim jedem Gebet, Schach, es mir nach Romayri, sagen wir immer, Also verzeihe uns Gott, dass wir haben gesündigt. Vergebe uns Gott, dass wir haben mit Absicht gesündigt. Weil du bist ein Gutiger und ein Verzeiher. Sagt der alte Rebbe, es gibt Sachen, wo der Mensch fast jeden Tag sündigt. Er gibt ein Beispiel hier, Bitultora, verschwende die Zeit. Auch noch eine Sache, die der Mensch fast jeden Tag fällt, ist Losch und Hore und Rechillus. Übelrede, Böserede, über andere Leute, Plotkes zu reden, schwätzen. Und genauso wie Korban Tamid in Betamikdash hat man morgen und Nachmittag gebracht, morgens, um zu verzeihen auf die Sünden von der Nacht und Nachmittag, um zu verzeihen auf die Sünden von dem Tag. Und das sind die Sachen, wo der Mensch jeden Tag muss sich entschuldigen, weil er konnte die Zeit besser ausnutzen. Und natürlich, wie gesagt, er fällt in Sachen, meistens, die haben zu tun mit Reden. Da schwer davon, rauszukommen. Es gibt so eine, Menschen, die wollen sehr stark und schnell steigen. Anstatt zu fasten und nicht essen und nicht trinken, gibt es so eine Methode, vielleicht werden wir darüber einmal Schio machen, das nennt man Ta'anid Dibur. Dass man am Tag gar nicht redet. Aber das heißt nicht jetzt Silence, Schweigen, Kloster, nein. Lernen, Tora schon, beten schon, aber kein einziges Wort von weltlichen Sachen. Gornisch, nur die Vrei Tora, von morgen bis abend. Schweigen und Gornisch zu machen, das ist nicht jüdisch. Dvarim betelim, unnötige Sachen, zu sitzen am Tag und zu schweigen, das ist eine große Sache. Genauso, das kann ein Mensch nicht beginnen mit einem ganzen Tag. Er kann beginnen mit halben Stunden. Wenn er sitzt und er lernt Tora, er redet nicht über andere Sachen in die Mitte. Schöner.